So, das machen wir mal an. Gleichrichtereffekt. So, dann haben sie sich beruhigt. Die Birnen sind... Kleinen Moment. Das sind zwei... Ah, Natriumdampen. Ah, Gott, geht die... Klitschen noch schwer. Ja, von einem ALD-Koffer 150. Das ist eine neue Lampe, die... Na ja, ganz neu, nicht mehr hangen bei mir schon ein Jahr. Im freien Draußen. Tag hat er leider schon. Sehr traurig. Sehr schade eigentlich. Irgendwo war das so eine Mache noch in der Haube. Irgendwo... Da was... Das ist wie so ein kleiner Sprung. Das ist wie so ein kleiner Sprung. Ich weiß nicht, ob man den hier sieht. Auf jeden Fall ist er ein Sprung. Ach, du Scheiße. Das hat sich gelöst. Gott sei Dank. Heil geblieben. Sag ich mal die Lampen. Oh, ist das hell. Und wir haben hier... Einmal Philips HPLN... Made in Belgium... Und einmal Radium... RNPE... Made in Germany, aber schon die gleiche Bauform... vom Brennergestell so aus wie die Made in Slovakia. Verdammt hell. Weiter macht man hier mit den Leuchtstoffröden. Mal ein bisschen meine ganze Stubenbeleuchtung. Hier. Nava. Neutralweiß. 20 oder... Ja. T10. Hier das Gleiche. Auch T10. Und hier nochmal das Gleiche. nur als Neutralweiß Deluxe. Baujahr. Die ist 76 und die ist 78. Und die dürfte 80 Seiten. Ich habe jetzt nicht mehr drauf geguckt. Die Beschriftungen sind doch leider auf der hinteren Seite. Ja. Billig EBV-Röhre. Dann haben wir hier... Siemens Lampen. 6 Stück sind vorhanden. Miltier. 20 Watt. Waren weit 30. T12. Nava. Hier haben wir auch noch ein schönes... Randloch. Fokus lässt auch zu wünschen übrig. Naja. Hier haben wir dann... noch so eine. Dann haben wir hier die 18 Wattrohung. Hier ist eine Ausfragen. Aber momentan auch die Sterbliche gut. Na gut eine Böhne ist kaputt. Michael. Na gut. Na. Die will aber gar nicht drauf die Beschriftung. Erzählen das. Ostram L 18 Watt 11. Jetzt hat's mir gezündet die NRV. Und hier Tageslicht Lumilux Daylight. Made in Germany. Datumcode ist RE4. Hier sieht man nochmal Siemens. So. Ähm. Hier geht's dann weiter. Mit einer... Also alles mit Russen Startern sogar noch bestückt. Also diese Alu Starter. Alles mit Russen Startern. Osram L 18 Watt. Schreckstrich 640. Sehr schlechte Farbwiedergabe. Ähm. 4000 Kelvin. 840 ist da besser. Äh. Recycle... Cool White steht da noch. Recyclable made in Germany. CE-Zeichen und das Recycling-Zeichen. Ähm. Will alles irgendwie gar nicht auf Kamera drauf. Was ist denn hier mit dem scheiß Fokus los? Versteh ich auch nicht. Naja. Ostram L 18 Watt. 1-21. Hellweiß Lumilux. Cool White. Made in Germany. Hier ist der Datumcode Rx5. Äh. Hier haben wir eine Haku-Leuchte. Von Haku. Ähm. Ja. Äh. Die hat 15 Watt. Und... großen Starter und die... Das dürft doch die Kamera drauf kriegen, ne. Das ist doch so ein schöner großer Stempel. Vielleicht ist es hier auch zu hell. Ähm. Auf jeden Fall. Hier steht Philips Master TLD. 15 Watt Schrägstrich 827. Das heißt, wir haben jetzt 2700 Kelvin. Mülltonne Zeichen. CE-Zeichen Made in Holland. Ähm. Ja. Eine der letzten, die in Holland produziert wurden. Leider. Weil ich noch sehr jung als ich die damals gekauft habe. Ähm. Ja gut. Da war ich sogar noch... Ich weiß gar nicht. Das ist schon 8 Jahre. Egal. Ja. Dann haben wir hier... Ähm. Eine Leuchte von RVP. Schauen wir mal nochmal aus. Hier RVP. Da sieht man RVP 30 Watt. Auch mit großen Starter die Röhre. Äh. Osram L 30 Watt. Schrägstrich 41. Äh. Das ist die alte Glaubbezeichnung. Äh. Minus. Also schräg... Also nochmal Binderstrich 827. 20. Lumilux Interna. Made in Germany. Datumcode 4 R5 6 8. Ich habe keine Auskamdatum-Code. Kann ich nicht entschlüsseln. Ähm. Ja. Eine Leuchte hätten wir dann noch. Die ist hier draußen. Es ist ein Haku-i-Bluter. Der hat 150 Watt. Ist von AM oder AW. Keine Ahnung. Auf jeden Fall IP 65. Asymmetrisch. Und da drin befindet sich eine Osram Powerstar Exzellenz 150 Watt Neutralweiß. Ähm. Ja gut. Ich mag diese Farbe gar nicht. Die Neutralweiß ist so extrem scheiße. Aber ja mein Gott. Die muss auch kaputt werden. Die ist auch schon ziemlich kaputt. Ja. Ja. Ich will euch zu guter Lass noch mein Lampenlager hier unten zeigen. Also die ganzen Röhren. Und äh. Röhren und Leuchten geraffelt in meiner Stube. Hier. Ähm. IWV-Warn Leuchte. Mit Ventile Starter. Ähm. Ja. Mit einer Highlight Röhre. Die ich im Lost Place gefunden habe. Wo 1000 Kilo Fliegenscheiße Fliegenschiss dran hängen. Und das ist der Grund warum ich äh genau diese Röhre für hier drin benutze. Äh. Für hier. Und nicht für in meiner Stube. Weil der Fliegenschiss hier eigentlich keinen juckt. Und die Wanne sowieso schmutzig. Und ähm. hier auch kaputt ist. Und deswegen wurde die hier montiert. Ja. Es ist eine Highlight Röhre. Die hat tatsächlich Filamentabdeck Kappen. Ne. Also die hat Kappen. Ja. Die neueren Highlight Röhren. Die haben keine Kappen. Aber klar. Das ist auch noch eine ältere. Ist ja wieder logisch ne. Mhm. Was haben wir denn hier. Schöne geschwärzte Röhren haben wir hier. Ja. Das hier ist mein. Meine Etage. Mit den gebrauchten Röhren. Sozusagen die. Die schon. Ähm. Einige Zeit. Leuchten. Durften. Sie sieht man hier auch ganz schön. Hier bei der. Osram T12. Bei der Nava T10. Kann man es nochmal gut erkennen. Ähm. Noch eins weiter unten. Haben wir hier. Die neuen Röhren. Das ist. Ja. Das ist jetzt hier eine Philips. Wo Lampi einfach draufsteht. Eine. Ja. Eine Lampi ergestellt von Philips. Ähm. Dann. Haben wir hier. Alles mögliche. Ah. Ja. 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 Na gut. Das ist hier noch eine Lampi. Hergestellt von Navas. Eine T8. Ähm. Dann haben wir hier noch Pila. Hergestellt von Philips. Ähm. Da haben wir nochmal Lampi Röhren. Hergestellt von Osram. In Augsburg. Durch. Rasenohröhren. Radium Röhren. Sylvania. Instant Rapid Start. Eine T12. Die immer noch hergestellt werden. Ja. Und noch eine Rasenohr. Da noch Nava. Moment. Hä. Doch. Das ist auch Nava. Hm. Dann haben wir. Das dürfen Branderwigsdorf sein. Hier haben wir noch. Überall. Osram Röhren. Bis auf das. Das ist eine Tungsrahm. Und hier einfach der Rest. Die. 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 Das sind alles noch Osram T12 inklusive. Eine Warmweit Deluxe habe ich hier noch drin. Davon habe ich insgesamt zwei. Eine werde ich benutzen. Ähm. Also auch T12. Das ist die Warmweit Deluxe. Also die ist steigter Leustoff so gelblich. Indem ich wie die Energiesparlanten diesmal gab. Nur nicht so extrem. Hier haben wir noch einen Karton. Philips. New Generation. 820er Lichtfarbe. Ähm. Herstellungsdatum seht ihr hier. Ähm. Warte mal. Wie man das so. Also. Oktober 2001. Und hier haben wir einen Karton. Luxner Leustoffrösen. Das er gibt. Bekannt als Billigrösen. Hier. Meredith Scheiner. 4.000 Kelvin. Ich hier noch Radium Spektralux mit beigepackt. Weil der Karton halt nicht ganz voll ist. Ähm. Sylvania habe ich ein bisschen was. Das habe ich dir noch beigepackt gehalten. Ähm. Ja. Haupt. Ähm. G.I. habe ich noch dabei. General Electric. Made in Hungary. Tagesslich weiß. Das wäre der Karton. Letzte Etage für dieses Video ist dieser Karton. Der hässlich zerfledderete Karton. Der absolut scheiße aussieht. wo aber ein feiner Inhalt drin ist. Kann man es erkennen? No pressure. Mercury Fluorescent lamps. Das sind nämlich Röhren von Rasenow. Neue. Color white. Watt. Watt. Ähm. Da oben und da unten ein Strich. Wie es halt bei Rasenowern so ist. Und deswegen glaube ich einfach, dass das die Rasenowern sind. Also dass da mal Rasenow drauf stand. Es ist das Blaue. Also noch die Älteren. Die Neueren haben ein Rotes. Und ich habe eben noch die Älteren. Das ähm. Rote Zeug kommt halt davon, dass die mal in einem Schuppen lang nur Weitermaisen waren. Das ist eigentlich Weitermaisengift. Hat aber nicht geholfen. Drum haben leider auch einige Tageslichtweise Rasenowern. Was abbekommen. Diesen Mal jetzt. Haben jetzt scheiße rote Flecken. Ähm. Mit ein bisschen Mühe und Hoffnung, dass da Stempel hält. Kann man auch abwaschen. Und hier eben nochmal dieser Luxner Karton. Ähm. Ja. Muss man nicht viel dazu sagen. Jedoch. Alles mögliche Oskam Baumhörer in der Daylight. Kann benutzt werden alle. Philips D12. Made in Poland. Made in France. Made in Holland. Made in Holland. Da ist die T12 und sogar die Made in Poland ist auch noch T12. Und. Ja. Ich hoffe, ich habe das Video gefallen. Wir haben wunderbares Wetter. Ähm. Ja. Ja. Wie soll ich sagen. Geht ein bisschen raus. Selang das Wetter noch passt. Dann auch. Bei schlechtem Wetter kann man mit Lampen spielen. Sozusagen. Und vielleicht wird noch ein Video kommen über meine Strafenbeleuchtung nach. Was sich verändert hat und ob sich was verändert hat. Ähm. Mal gucken. Auf jeden Fall. Das war's jetzt hier. Weil das Video wird wieder relativ lang. Ähm. Ist auch schon länger keins mehr gekommen. Und. Das war's jetzt hier mal vorerst. Ja. Bis dahin. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Man sieht sich. Bis dahin. Bis dahin. Ungefährblenden Favoriten.